Zur Ehre Aronius! Kämpft! Vorwärts! Bereit! So, jetzt sagen wir einfach, lauft nach Darum. Dann sollten sie alle die Beine in die Hand nehmen und der Fiat Dark sollte nicht hinterherkommen. Er kommt zwar, er kommt, uh, er kommt. Und er dreht um. So ist gut. Ach, hier gibt's ja auch einen Weg nach oben. Stimmt ja, da hätte sie gar nicht da rumlaufen müssen. Hier! Und los! Und los! Mir nach! Und los! Zur Ehre Aronius! Verteidigt euch! Achtung! Auf mein Kommando! Mir nach! Vorwärts! Zur Ehre Aronius! Ja, gut! Die Lebenskraft eines Helden verhindert, dass sie dort erscheinen können. Schließt ihr hin! Die Rune wird sofort ausgeführt. Ja, gut! Auf dem Weg! Die Lebenskraft eines Helden verhindert, dass sie dort erscheinen können. Alles klar! Verstanden! Schlag sie zurück! Alles klar! Wird sofort ausgeführt! Feindlicher Angriff! Unverzüglich! Alles klar! Alles klar! Zu Befehl! Auf dem Weg! Unverzüglich! So! Schnell! Sofort! Ach, da ist noch einer! Mir nach! Kein Problem! In die Schlacht! Wir können den eigentlich wegmachen und hier rumgehen müssen, wenn wir außen rumgehen. Sofort! So, die steht da oben bereit. Mir nach! Und blockiert den Zugang. Vorwärts! Oh, wir haben jetzt so eine Mondsilberaxt. Na komm, nimm die mal. Schnell! Sofort! Wobei ich nachher ja eher die Schattenklinge nehmen muss. Vorwärts! folgt mir bringen wir es zu ende zurück mit euch so achten schädelt wird schnell sofort in die schlacht unverzüglich auf dem weg das nicht die lebenskraft eines helden verhindert dass sie dort erscheinen wird sofort ausgeführt zu befehl unverzüglich schickt sie zum seelenfluss kämpft wird sofort ausgeführt die lebenskraft eines helden verhindert dass sie dort erscheinen die ruhe du sollst dich nicht bewegen böse wird sofort ausgeführt auf dem weg verstanden auf mein zeichen du bleibst da zu befehl auf mein kommando so dich raus folgt mir schnell mir nach und los vorwärts folgt mir ne kommen wir von hier aus ist besser da bleibt dann unsere schützin zurück bringen wir es zu ende verteidigt euch zum angriff sofort und los folgt mir zur ehre ja gut auf dem weg die lebenskraft eines helden verhindert dass sie dort erscheinen können bereit so vorwärts bringen wir es zu ende machen wir mal die nieder und dann fehlt nur noch das mit den geistern da bleibt unser prinzip leider zurück in die schlacht in die schlacht in die schlacht vorsicht hier und los bringen wir es zu ende leider schwächt das halt nicht den fial dark kämpft bereit mir nach und los aber ja ich hoffe man sieht schön jetzt das pentagramm mittlerweile weil wir es aufgedeckt haben wobei pentagramme eher stimmt weil es sind so viele da sind pentagramme nämlich in den toren wo wir unsere helden drauf stellen müssen da sind pentagramme wo die gegner reinlaufen um den fjahr dark wieder zu beleben das ganze ding ist ein pentagramm der fjahr dark steht auf dem pentagramm vorwärts sofort zurück mit euch ja ja gut die lebenskraft eines helden verhindert dass sie dort erscheinen können ach ich nehme die schattenklinge um den fjahr dark zu besiegen ja naja naja ja wenn du runter gehst dann taucht das glaube ich wieder auf genau deswegen bleibst du schön ja gut gut die lebenskraft eines helden verhindert dass sie dort erscheinen können und ja ich kann denen leider nichts sagen höre auf durch zu bewegen hier so das heißt ich kann die beiden noch hauen da muss ich die waffe wechseln speichern wir mal wieder über unseren schatten so und jetzt ähm ja schild weg schattenklinge her was sagt das quest lock ja bad die wächter des grabmals ist abgeschlossen ja verteidigt euch vorsicht zeit zu sterben ok der vier tag ist jetzt gar nicht mehr so schwierig verteidigt euch ihr habt die wächter gebannt holt nun die urne aus dem grab ja das grab meist geöffnet runen verzieren alle gegenstände hier und in der luft liegt ein leises raunen und flüstern in einer nische steht eine urne deren seltsamen verziehungen sich ständig bewegen als wären sie lebendig gewesen die urne stehen lassen ja wir müssen die urne rausnehmen wir brauchen die urne das blöchstern schwillt kurz bedrohlich an als ich die als sie eure hände der urne nähern dann verstummt es schlagartig die urne ist nun in eurem besitz ach ihr habt ihren zorn geweckt sie greifen an fliegt lauft nach süden die ganze stadt ist hinter euch her lauf ja vorwärts folgt mir hier schnell ja mir nach nach genau am besten den südlichen ausgang nehmen fehlt nachsöhnung gibt die maskierten die urne die kreaturen der stadt sind erwacht und haben eure verfolgung aufgenommen flüchtet in den süden wo der maskierte auf ein monument wird angegriffen bringt ihm die urne mhm das waren unsere heroes sind halt jede menge untote abenteurer und so aber darauf hatte ich total vergessen dass das passiert Zurück mit euch! Zurück mit euch! Zurück mit euch! Oh, das kommt auch noch hinzu.